Also ihr bekommt bezahlten Content halt, ne? Also du musst ein Abo abschließen für einen gewissen Preis zu zahlen. Freelinks, ja. Freelinks zu geben. Aktuell habe ich eine Aktion, das sind 400... Ach, die hat... Hast du noch zu? Ich dachte, die hat noch nicht. Wenn du wüsstest, was Männer zahlen, also das geht ja dann auch weiter. Darfst du über deinen Umsatz sprechen? Ja, aber ich möchte das so jetzt erstmal... Wie lange machst du schon? Ich hab jetzt frisch gestartet wieder. Ich hab das nach... Dein 6er Monat? Ja, der jetzt ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Also der Start war schon sehr gut. 5-10 oder 6-stellig? Also über 10.000 oder über 100.000? Also 100.000 sind es nicht, aber über 10 auf jeden Fall deutlich, ja. Über 10 auf jeden Fall deutlich, Jungs. Und was war ich so für nix? Für nix? Ich verkauf doch... Ich verkauf mich ja irgendwo was. Du verkaufst nicht, ja, aber für nix tun. Nein, was heißt nix tun? Du musst ja Content machen, du musst mit den Leuten chatten und alles. Boah, du tust ja so. Nein, 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 nein. Oh, wie schwierig. Leute gehen noch auf Stern, haben kaputte Röcke. Ich muss immer noch arbeiten nebenbei. Oh, die sind oben auf Dom, wir riskieren Leben, weißt du? Ich mach noch meinen Vollzeitjob bei der... Ich mach ne Ausbildung. Ich wollte jetzt nicht sagen wo, vielleicht ist das Kanal, aber ich mach nur ne Ausbildung. Also Vollzeitjob hab ich noch. Nebenbei bin ich 24. online und bin am schreiben mit den Männern. Das ist nicht so leicht, klar. Was, wenn du jetzt einen Partner kennenlernst? Und der sagt, nein, ich will das nicht. Dann sag ich hier. Was soll ich machen, ganz ehrlich? Das ist mein Business. Ich soll... Ich muss es akzeptieren. Ich möchte schon einen... Ich möchte schon einen... Telekom am IT. Die... 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 Die...